Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Lucky Case Case Opening. 500 Euro wurden aufgeladen und ich soll mal so ein bisschen was öffnen hier. Und da ich ja diesen YouTuber Bonus hab, wie ihr immer alle sagt, muss ich ja jetzt mit Ultra Plus rausgehen. Minimum 4000 Dollar, Euro, Geld. Let's get rigged! Aber bevor wir anfangen, Glücksspiel ist ab 18 Jahren. Das jetzt zählt auch zum Glücksspiel, also erst Cases öffnen, wenn du 18 bist. Und falls ich einen fetten Gewinn einfahren sollte, heißt das nicht, dass es bei dir auch funktioniert und so weiter und so fort. Ich denke, das ist jedem klar. Gut, fangen wir an. Die Black April Kiste ist schon mal runtergesetzt. Was ist da drin? Jumbumble, okay. 1,78 Euro kostet das Ding. Wir machen es auf und ziehen natürlich fucking rigged 5000 Euro raus. Wo ist mein Bonus? Finger kreuzen? Die sieht gar nicht so teuer. Ah, die Spitfire, natürlich, natürlich. 3,17 Euro, hallo. Aber die Masterpiece ist doch viel teurer. Ich habe gerade den glücklichen Fall bei Lucky Case... Den glücklichen Fall. Das ist, äh, auf Google übersetzt, alles klar. Komm, Classified, da ist auch die Ding drin, diese, äh... Wow, ist ja viel drin, weh. Da ist sie, da ist sie, Masterpiece. 3,57 Euro. Ich frage mich, wie oft wir drücken müssen, um, äh, das zu überschreiten. Das sieht alles saugut aus, als könnte man gar nicht... Was? Als könnte man gar nicht da runterfallen. Die Backside Fistie ist so knapp, aber dann doch so fern. Backside Fistie. Backside. Hyperbee, oh! Was? Warum ist die nicht so wert? Es ist ein Hyperbee, der müsste eigentlich vier Einzelnen vorne dran stehen. Für Schizzle. Einmal noch. Äh, Rattling. 6,18 Euro. Na also. Aber insgesamt kommen wir hier nicht wirklich hoch. Ne, ne. Ich glaub, das ist hier fucking rigged. Let's do this. Mhm, mhm. Oh! Was war die Kiste wert? Fuck, ich hab gar nicht geguckt. 61 Cent. Gewinn gemacht. Direkt im ersten Mal. Ist doch ein bisschen rigged. Verdammte Scheiße. Die Rare Weapon Case. Viele davon sind zum Glück rare, weil sie kacke sind. Fucking shit. 1,79 Euro. Gar kein Problem. Das reiß ich extrem nach oben mit der Evil Dead. Boom. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben gewinnt. 6,25 Euro. Das mach ich mit einem Klick mach ich dir da mehr hin. Wie, äh. Ja! Die ist doch sauviel wert. Hä? Ist die kaputt oder was? Kostet die nicht minimum 20, 30 Euro oder so? Die Ding ist ja auch wichtig. Also ob sie eben, ihr wisst schon, verschlissen ist. Aber 11,62 Euro ist schon, äh. Gewinn! Bei den Knives. Ich weiß es. Bei den Knives. Wir ziehen jetzt bestimmt einen Knife aus der Kiste. Ohne Witz. Gibt es einen 3-Euro-Knife wahrscheinlich und das werde ich jetzt ziehen, ne? Naja. Man kann ja doch echt einen fetten Gewinn einfahren. Mal schauen, was wir aus diesen 5 und, sagen wir mal 76 Euro so machen. Here we go. Mhm. Mhm. Oh! Ein Barrier Reals. What? Das ist so viel wert? Ich dachte gerade eben, ja okay, so ein Barrier Forest Ding. 21 Euro. 121 Euro. Leco mio! Und da sind wir mit einem krassen Gewinn rausgegangen. Der Chor beginnt zu singen. Raked. Summer. 6,24 Euro. Da ist die neue AK drin. 6,24 Euro. Wisst ihr, was ich daraus mache? 7 Euro. Äh. Ähm. Oh. Oder auch nicht. Ich meine natürlich. Wisst ihr, was ich daraus mache? Big Iron Dees. Was? Nur eine? Das ist so fucking wrecked. Aus 6,24 Euro mache ich euch jetzt easy. Boom. Ich gebe auf. Scheiß Kiste. Nein. Da kommt gleich was. Weißt du? Die wollen uns verarschen. Ne? Guck. Fuck. Jetzt wollen sie uns aber nicht mehr verarschen. Mein Bonus läuft jetzt gerade warm. Oh! Leute, ihr könnt gerne klatschen. 11,03 Euro. Haben wir jetzt... Aber wir haben insgesamt ein bisschen Minus gemacht mit der Kiste, ne? Naja, komm. Summer Case. Es ist ja auch noch nicht Sommer, oder? Doch, es ist Sommer. Warte mal. Das Sommer ist bald wieder verbar. Ach du Scheiße. In der Hydra Case sind die krassesten Sachen drin. 2,67 Euro. Da kann man ja nur deutlich drüber schießen. Oh mein Gott. Ich meine natürlich. Beim zweiten Mal kann man da ja nur deutlich drüber schießen. Ich hätte so gerne die Shugger Rush. Oh. Oh. Habe ich jetzt schon wieder die gleiche gewonnen? War das nicht gerade eben... Komm schon. Sugarish. Sugarish. Fast diese verkackte Waffe schon wieder. Ich glaube, das geht nur mit drei gescheit. Acht Euro, meine Damen und Herren. Kuscht es jetzt gerade. Da ist die Orbit am Start. Na also. Wasser. Wir haben trotzdem Verlust gemacht. Die Hydra-Kiste ist verhext. Spektrum. 88 Cent. Weißt du, die sind alle mindestens 4.000 bis 5.000 Euro wert. Außer die. Die ist nur ein paar Cent wert. Ich weiß nicht. Ich sehe überhaupt irgendeine mehr. 2,26 Euro. Wir haben jetzt schon 44 Euro Gewinn gemacht. Gut. Als nächstes kommt die Melee-Kiste. In dem anderen Knife-Teil haben wir Extrem-Gewinn gemacht. Oder was heißt Extrem? Wir haben ungefähr... Haben wir es verdoppelt? Was hat die gekostet? 75 Euro. Wir haben 100... Ja, okay. Wir haben 120. Also nicht wirklich verdoppelt. Aber wir waren schon nah dran an der Verdopplung. Und wisst ihr, was ich jetzt hier ziehe? Ich hoffe, das ist so viel wert. Das ziehe ich jetzt nämlich. Oder das Lore. Das ist ja nicht nach Preis sortiert, oder? So aufsteigen, absteigen. Das ist durcheinander, oder? 67 Euro in einem reinen Knife-Case. Oh, wow. 67 Euro in einem reinen Knife-Case. Wirklich gar kein Problem. A Flipknife. Komm, wie geil das aussieht. Die Leute sprechen immer von Rick-YouTuber-Chance. Ich hätte... Ich müsste doch jetzt eigentlich schon... Ich weiß nicht, wie viel... Oh, ich habe einfach draufgedrückt. Ich müsste doch jetzt schon 8 Trilliarden Daris haben. 44 Cent. Was war die Kiste wert? 89 Cent. Nein. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ich will positiv aus der Kiste rausgehen. Positiv, habe ich gesagt. Lucky Case, hörst du mich? Positiv. Also, es geht doch. Hier wäre es natürlich sehr sick, wenn man eines der Knives ziehen könnte. Für 10 Euro. Wie hart ist die Riggigkeit jetzt am Start? Kriege ich da jetzt Easy Knife raus, oder? Ähm... Nein. Aber jetzt kommt das Knife des Jahrhunderts. Oh, Aquamarine. Die ist aber auch nicht schlecht. Oh, die ist nicht schlecht. Alle guten Dinge sind drei. Weiß jeder. Komm schon. Komm schon. Knife. Was ist das? Oh, geil. Warum ist die so wenig wert? Alle guten Dinge sind nochmal. Eins. Da hinten dran hängen. Oh, so viele Knives, die da einfach geplätschert kommen. Gut. Okay. Ne, 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 ne. Nicht übertreiben. Black April haben wir schon längst gemacht. Die Alarmkiste. Jetzt kommt's. Macht mal Alarm! Hyperbeast. Ist aber fast nichts wert. Haben wir jetzt festgestellt. Einmal Franklin bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Mit einer großen Pommes. Oh, die Chopper. Ist das überhaupt gar nichts wert? Mhm. Jetzt kommt Alarm. Jetzt kommt. 1,93 Euro. Ja, Gewinn gemacht. So. Oh, die Elite-Kiste. Oh. Da kann man doch nur ultra riesen tausendfachen Gewinn machen, oder? Alles klar. Easy Handschuhe für mich. Tschi-ching. Tschi-ching. Motherfucker. Hey. Oh. Oh. Das war unglaublich einfach. Es waren ja wirklich nur Handschuhe da. Leute, ich glaube, mit der Kiste können wir ja easy auf die 2.000 Euro kommen. Oh, fuck. Ich habe mich so getäuscht. Aber warte mal. Nicht viel Verlust gemacht. Oh. Jetzt aber langsam schon. Oh, fuck. 41 Euro. Das ist die verschissene Rickkiste des Jahrtausends hier. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Mehr Falle. Mehr Falle. Wir waren jetzt maximal bei 650 gestanden. Na also. Rick. So sieht es nämlich aus. Die gleichen wie gerade eben. Spring. Was haben wir bei den Spring? Sachen drin. Wow. Fucking nice. Ich würde sagen, für 18 Euro Einsatz. Vielleicht so ein 1.000 Euro Knife. Wäre ich jetzt schon am Start. No, dude. Oh my God. Pint it, baby. Ja. Krasser Scheiß. Lass uns dann gleich mal so wirklich ernsthaft über diese ganze Rickt-Sache reden. Also eins muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Rickt oder nicht Rickt. Je öfter man etwas versucht oder versuchen kann, desto mehr oder desto höhere Chancen hat man, dass es irgendwann gut wird. Wenn du nur einmal versuchst, hast du nur einmal den Versuch. Klar. Das heißt, wenn man so einen fetten Batzen Cash am Start hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass man mal was gewinnt oder Profit macht. Also mal bei einer Case. Nicht, dass man insgesamt Profit macht. Was mache ich eigentlich gerade? 11,61 Euro. Ich hätte gerne das Tiger Tooth. Ich klicke es mal an, dann kommt es auch. Es ist noch nicht mal gekommen. Aber die Bullet Rain. What? Warum ist die so viel wert? Wisst ihr aus welcher Case die kommt? Die Bullet Rain? Jetzt machen wir mal die Bankkiste auf. Die sieht nach wie vor sehr geil aus. Ich denke, damit kann man auch einen dicken Gewinn einfahren. Vor allem, wenn man den Einsatz bedenkt. Komm. Komm. Die Roten. Ich ziehe sie hier hoch. Öh. Bitte einmal die Roten. Ja, es sind die Roten geworden. Sehr schön. Okay, war jetzt instant ein Gewinn. Die Cheap Case, ganz klar. Machen wir die halt mal auf. Was war es? 54 Cent. Easy Warm God. Easy Going. Easy Experience, meine Freunde. Oh. Warte, da kommt sie. Da kommt sie. Da kommt sie. Da kommt sie. Gewinn. Guck mal hier. Die Fade Kiste. War die Fade Kiste letztes Mal auch da? Okay, wartet, wartet, wartet. Was ist hier scheiße? Was ist hier deutlich weniger wert wie 7,14 Euro? Wahrscheinlich ist die Sword of ultra wenig wert. Und die SSG auch. Und diese Faded Zebra, die kenne ich gar nicht. Wir gucken einfach mal rein. Jetzt können wir schon mal sehen, was der... 42 Euro! What? This is the rig! Krass, Mann. Wie der reinhaut. Leute, wir sind fast bei 700. Täglich gratis? What the fuck? Einmal will ich noch drehen am Rädchen. So, Battlestar Galactica. 4,54 Euro, alles klar. Das ist schon mal der Scheißgewinn. Aber selbst das ist kein extrem großer Verlust. Dann machen wir noch einmal. Ich bin mir sicher, dass das gleich noch in Live kommt. Und dann... Okay, gerne nochmal auch hier Fade. Wir machen das jetzt noch so lange, wie wir Gewinn einfahren. Sobald wir einmal... Okay, gut, die Kiste ist vorbei. Die UMP-45 Kiste. Das ist eine Specialized Weapon Case. Gibt es doch die Primal Saber. Ja, da ist sie. Metal Flowers. Was? Schon wieder? Was Gescheites bitte? Was Gescheites? Rigt. Was ist da los? Na also, Briefing. Die ist auch nichts wert, okay. Warum ist die nichts wert, die Briefing? Die sieht doch so geil aus. Okay, Primal Saber kommt jetzt und dann ist gut. Oh, fast wieder die Metal Flower. Das sehe ich nicht ein. Ich will hier einmal Gewinn machen. Gibt es doch gar nicht. Wahrscheinlich gibt es hier nicht viele Winten. Da ist der Gewinn auch schon eingefahren. Zack, boom, fertig. Welches teuerste? Ich nehme an die Kill Confirmed, ne? So, ich helfe hier mal ein bisschen nach. Da ist sie ja schon. Ja, 2,58 Euro. Die Guardian. Sie haut es echt immer wieder raus. Aber bei den USPS war es nicht so geiler Kram dabei. So, die AWPs. Die Dealer ist am Start, ganz klar. Es sind einfach alle AWPs, die Sk- Sie denken sich halt, naja, es muss auch irgendein Skin dabei sein, der einfach Minuswert hat. Da legt man dann einfach drauf. Phobos. Nein. 4,02 Euro können sicherlich geschlagen werden. Das kann mir keiner erzählen. Na, na, die Wormgold ist doch mehr wert. Jetzt was gescheites. Ich will was sehen. Elite-Bild. Fuck. Fuck. Na? Ah! 6,53 Euro. Snake, Kamo. Sieht die Kacke aus. Agra 47, gar kein Problem. Dann machen wir... Oh, was war das? 6 Euro irgendwas, gell? Hier sind alle so viel wert. Boom, Aquamarine Revenge! Es kommt mir echt gerade so vor, als könnte ich nicht fallen. Als könnte ich nicht gegen Müll fallen. 6,17 Euro. Insta-Win. Oh, eine Blood Collection. Leute, Blood Collection. Blood and Water. Okay, which, yeah. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich hier ausgebe, oder eingegeben habe, meine ich, an Geld. Aber nie im Leben 32,35 Euro. Boom! Das wirkt doch schon ziemlich. Einmal im Chor sagen. Frickt! So 1,34 Euro bei den Glocks. Da muss man natürlich gucken, wie man das geschickt angeht. Auch wenn ich die Wasteland Rebel vom Aussehen her nicht mag. Ihr wisst es ja. Lass ich sie einfach mal kommen. Knapp, aber fair. Steel Disruption. Ist nicht so ganz das Wahre. Oh, die Royal Legion. 1,93 Euro. Gewinn gemacht. Wir halten uns tatsächlich im Moment in einem Plus auf. In einem ordentlichen Plus. 212 Euro. Haben wir einfach jetzt mal locker gemacht. Okay, 30 Minuten. Armagor Imperial. Come on. Come on, Duke. Come on. Skorpion. 2,68 Euro. Eine Hardnet Case. Für 12,50 Euro kann man reinentern. Und es gibt vergleichsweise sehr viele Knives hier drin. Aber natürlich ist die Chance, um die Knives zu bekommen, extrem. Problem. Nochmal. Wir machen aber nochmal. Wir machen nochmal. Nochmal. Aber jetzt. Oh. Was? Komm. Ihr wollt mich doch gerade ficken. Jetzt kommt das Knife. Jetzt kommt das Knife. Diese Kiste ist wirklich eine harte Nuss. Man sieht ständig die Knives und will immer weitermachen, um ein Knife zu ziehen. Aber es kommt nicht. Ich meine gut, das ist jetzt ein Gewinn auf jeden Fall. Das ist auch schön. Aber man denkt sich jedes Mal, und das ist ja auch der Trickteil der ganzen Sache, das Knife ist so nah, dass man nur noch einmal drehen muss, um ranzukommen. Aber es ist nie wirklich nah. Es soll halt einfach so wirken. Als wenn man ganz, ganz nah dran wäre an was Großem. Dass man einfach nochmal Geld reinsteckt und nochmal Geld. Ich weiß euch allen, das ist eigentlich klar. Aber es gibt so ein paar Vollidioten, die dann sagen, du bist so Rick, du sagst es niemandem, das ist so wie Swalla. Solche Leute, die halt täglich von ihren Lehrern, Eltern, Tieren vergewaltigt werden, die sind halt so komisch drauf. Deswegen sage ich es einfach nochmal hinzukommend. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass ihr das alle wisst. Waaah! Natürlich gehe ich hier mit einer ganz anderen Einstellung ran, wie an ein Case Opening, das ich, beziehungsweise das wir als Community bezahlt haben. Das Geld ist halt einfach aufgeladen. Das ist einfach geschenkt von der Seite. Das ist, ähm, da fühlt sich das nicht an, wie, oh, wie ein Verlust. Wahrscheinlich geht das nicht. Wahrscheinlich kann man hier einfach kein Knife bekommen. Okay, schon wieder. Mit allen paar Öffnungen sinken wir immer so ein bisschen tiefer. Wir verlieren so alle drei Veröffnungen ungefähr zwei bis drei Euro. Jetzt vielleicht sogar ein paar mehr. Merkt ihr das? Merkt ihr das, dass sich das echt die ganze Zeit wiederholt? Guck mal, wir haben jetzt ständig lose, lose und dann glaube ich noch ein lose, bin mir nicht sicher und dann die 20 Euro Ding. Wir fallen die ganze Zeit um zwei Euro. Eben waren wir bei 92, 93. Davor waren wir bei 94, 95. Achtung, passt mal auf. Die Rigtight ist aufgedeckt. Achtung, jetzt kommt irgend so eine Pistole. So, wir sind gleich wieder bei 88 oder sowas. Jetzt kommt noch irgend so eine scheiß Pistole. Und jetzt kommt wieder die AK für 20 Euro. Oder auch nicht. Das wird schlimmer. Verdammte Scheiße. Okay, aber eben war es so. Es war die ganze Zeit. Jetzt kommt sie, jetzt kommt die AK. Fucking Rick, dude. Für 26, guck. Ah, okay, wir sind 10 Euro drunter unter meinem, also 12 Euro. Leute, ich muss hier weg von der Kiste. Ne, ne, das geht nicht. Aber es ist immer das gleiche gewesen. Immer nur die zwei Pistolen und eben die AK. Gut, wir gehen weiter zu den Dual Berettas. Und ziehen jetzt den krassesten Mofok Shit on the World, dude. Oh mein Gott. Haben wir schon, ja, wir haben Gewinn gemacht. So, wie sieht es hier bei den M4s aus? 4,46 Euro. Machen wir direkt. Mit dem ersten Versuch gehen wir da drüber. Locker. Halt, wir sind drüber, ja. 8 Euro, hallo? Pff, lächerlich. Die AUX. Zack. Fuck, ich habe den Preis. 1 Euro irgendwas, gell, war es? Locker. Halt, w-w-was? Ich dachte so, okay, pink, geil. Die ist bestimmt 8 Millionen Euro wert und dann sowas. Mhm, mhm, mhm. Schwinn, scheiß. Ah, na also, der Scheißkopf. 3,28 Euro. So, New Knives. Da bin ich wirklich extrem gespannt drauf, auf diese Kiste. Sind das alles, wie der Name vermuten lässt, neue Knives? Ich habe keine Übersicht über neu hinzugefügte Knives. Autotronic, das hat Wallin auf jeden Fall vor einem Vierteljahr schon gehabt oder vor einem halben. So neu können diese Knives nicht sein. 133 Euro. Wohl eher 300 Euro Gewinn. Okay, Achtung, wir schließen eine Wette ab. Ich wette jetzt mit euch um eine USPS Cyrex, dass ich jetzt beim nächsten Ziehen nicht noch einmal Gewinn mache. Alle, die mitmachen wollen, schreiben das halt irgendwie in ihren Kommentar, dass sie hier bei dieser Wette mitgemacht haben. Ihr müsst halt automatisch dagegen halten, also sagen, doch, du machst nochmal einen Gewinn. Also, here we go. Oh. Egal, ein andermal. Komm, wir machen weiter mit der Stained. 8,92 Euro sind zu schlagen. Schauen wir mal, was da so geht. Es kommt mir so vor, als würde ich gerade beim ersten Roll immer sehr, sehr viel Glück haben, beziehungsweise schnell was gewinnen und bei den darauffolgen dann eher nicht. Ja, bei den Aux war es nicht so. Es war wahrscheinlich auch nicht überall so, aber jetzt kommt mir es gerade so vor. Mal gucken, ob es sich hier auch zum dritten Mal jetzt in Folge durchzieht. 17 Euro ist der Startpreis und wir erhalten 12,09 Euro, alles klar. 12 Euro, 11,01 Euro. Das wird ja immer schlimmer hier. Oh, komm, komm. 10,23 Euro. Hey, hier ist irgendwie nicht viel zu holen. Was? Schon wieder diese vergoldete Schniedelprothese. Es ist jetzt gut. Es kommt jetzt ein Knife und dann ist es in Ordnung. Sagen wir, wechseln sich die Waffen gerade ab? Die kamen doch vorhin auch. Na also, na also. Oh, die Ultrakiste. 31 Euro. Ist auch ein bisschen Crap dabei, ne? So, 31 Euro locker überstiegen, oder? Nein. Okay. Oh, 28, so knapp. Einmal noch, dann gehen wir aus der Kiste raus. Obwohl wir eigentlich immer Gewinn machen wollen. Ich wollte gerade sagen, und da ist der Gewinn. Aber 20 Euro. Ja, die Asimov ist schon ultra. Ja, 38, na also. Aber insgesamt Verlust gemacht bei der Case. Oh, die VIP-Kiste, das sind glaube ich, genau, Knives und Handschuhe. 48 Euro. Ja, klar, die eben. Okay, gut. 45 Euro, alles klar. Alle guten Dinge sind drei. Danach wissen wir ja raus aus der Kiste. Die bringt Unglück. Damaskus-Deal! Scheiße, scheiße. Aber ich will in der Kiste einen verschissenen Gewinn einfahren. Einmal noch. Aber dann gehen wir wirklich raus. Egal, was jetzt kommt, danach gehen wir raus. 135 Euro. 145 Euro. Weiß nicht, gucke noch weg und denke mit Damaskus-Deal. Naja, da lege ich nur drauf. 135 Euro. Da haben wir uns doch mal rausgeballt, Robert. Mit der vierten Ziehung. Shit, ich glaube, wir müssen langsam mal ein Ende finden. Das wird gerade ultra lang hier. Also, die 2000 Euro können wir auf keinen Fall anpeilen. Aber es ist doch schon ordentlich gestiegen. Ah, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Ne, dass es bei 50 steht. Oder bei 800 oder so. Okay, okay. Ah, es stand da bei 50 und ich mach... Komm schon. Fuck. Ja, die ist doch was wert, oder? Jawollo. Fuck. 8 Cent. Komm schon, komm schon, komm schon. Es kann doch keinem was... Ja. So, Leute. Wir haben es heute geschafft, uns um 250 Euro zu verbessern. Auf 750 Euro. Und ein paar Verquetschte. Ein Statement bezüglich Rickt. Denkt nicht, dass die YouTuber nicht wissen, was im Hintergrund abläuft. Man ist mit der Seite im Kontakt. Man hat alle Infos zu den Openings. Man bekommt auch manchmal Dinge vorgegeben, was man öffnen soll oder hin und her. Es gibt Absprachen, die stattfinden mit den Seiten. Also, der YouTuber weiß sehr wohl, was passiert und warum es passiert und ob er da jetzt Chancen hat oder nicht und hin und her. Es gibt mitunter auch Verschwiegenheitsklauseln beziehungsweise einfach Dinge, wo dir natürlich ans Herz gelegt wird, dass du es nicht öffentlich sagst. Ist ja auch verständlich, das sind einfach Interna, die nicht nach außen dringen sollen. Die hat jede Firma. Ja, die wichtigste Info für euch ist einfach, wenn jetzt irgendein YouTuber sehr, sehr viel gewinnt, heißt es nicht, dass ihr auch sehr viel gewinnt. Es muss genauso wenig heißen, dass es Rickt war. Ich habe diesmal fetten Gewinn gemacht. Letztes Mal habe ich 100 oder 200 Euro verloren. Ich weiß nicht, wie viel sie mir jetzt noch hinzu aufgefüllt haben auf diese 500 Euro. Aber ja, letztes Mal habe ich Verlust gemacht. Dieses Mal haben wir wirklich einen großen Gewinn gemacht. Wenn ihr solche Seiten nutzen wollt, denkt bitte einfach nach. Schaut auf euer Geld. Manche machen es zum Spaß. Gut, dann macht man sowas zum Spaß. Da kann man auch gerne Geld reininvestieren wollen. Und ich bin früher auch zum Spaß ins Casino gegangen. Wir nehmen uns x Euro mit und spielen damit und haben Spaß. Ob es danach das Achtfache ist oder weg ist, ist natürlich nicht irrelevant. Wir wollen ganz klar was gewinnen. Aber wenn es weg ist, zum Beispiel die 10 Euro, mit denen man reingeht, dann ist es nicht schlimm. Man hat praktisch damit seinen Spaß bezahlt, diesen Eintritt. Und in den Casinen, in denen wir sind, bekommen wir halt auch Essen und Trinken. Kostenlos. Da kommen Frauen rum, die geben dir dann eine Cola, richtig Original-Cola, Glasflasche hin und her. Es gibt Pizzateilchen und Beef hier und was weiß ich alles. Das Wichtige dabei ist aber, man muss verantwortungsvoll damit umgehen. Man muss vor allem erstmal entscheiden, kann ich mir das überhaupt leisten oder gönnen, einfach gambeln zu gehen jetzt. Einfach eine Runde Spaß zu haben und das Geld rauszuhauen. Und wenn das möglich ist, dann kann man natürlich mal Spaß haben. Ganz klar, auf jeden Fall. Wenn das nach den Regeln entspricht, also man auch 18 ist. Aber sonst, wenn ihr euer Taschengeld zum Beispiel da verpulvert, ihr macht euch nur unglücklich. Das ist echt, das ist eine blöde Sache eigentlich, die ganze Geschichte. Ich gehe schon immer davon aus, dass ich eine sehr kluge Zuschauerschaft habe. Lacht nicht. Ihr lacht euch gerade selbst aus. Und dass ihr euch da einfach eure eigenen differenzierten Gedanken machen könnt. Aber genug mit der Ansprache. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.